Diese fatale Politik ist weitgehend auf das Betreiben von Bundesrat Furgler als dem damaligen EJPD-Vorsteher zurückzuführen. Ich passe mich dem Niveau Ihrer Frage an und stelle das Pult tiefer. Wir sind es uns gewohnt, dass man in diesem Hohen Hause auch unanständige Fragen stellen kann. Ihnen kann ich nur sagen, so jung und schon so taktlos. Wenn Sie die Akten dann wirklich einmal studiert haben über meine 14-jährige Tätigkeit im Bundesrat, erübrigen sich derart dumme Fragen.